Im Parkour haben wir die Stadt Nummer 5, Timo Heiniger aus Stein. Er errichtet den siebenjährigen Holsteiner Wallach Clearboy. Clearboy stammt von Clearway mit dem Vater Quintero. Die Stadt Nummer 5, Timo Heiniger aus Stein. Die Stadt Nummer 5, Timo Heiniger aus Stein. Die Stadt Nummer 5, Timo Heiniger aus Stein. Das ist ein Untertitel für menteinigt. Die Stadt Nummer 5, Timo Heiniger, fangen Sie mit dem Kammkabill her. Der Kammkabill! Der Kammkabill!